Martin Luther, 1483 bis 1546 Der frischgebackene Magister, der gerade ein Zweitstudium an der Universität Erfurt aufgenommen hat, ist auf dem Rückweg von einem Besuch bei seinen Eltern, als ihn das Unwetter bei Stotternheim in Thüringen überrascht. Hilfesuchend blickt der junge Mann um sich, aber weit und breit ist kein Unterschlupf in Sicht. Plötzlich schlägt der Blitz direkt neben ihm ein. Der starke Luftdruck schleudert ihn zu Boden. In Todesangst ruft er, hilf heilige Anna, und ich will ein Mönch werden. Ein Gelöbnis, das das Leben von Martin Luther grundlegend verändert und weitreichende Folgen für die deutsche Geschichte haben wird. Geboren wird Martin Luther am 10. November 1483 im sächsischen Eisleben. Sein Vater, Hans Luther, ist Bergarbeiter. Er ist für seine Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten bekannt und erzieht seine Kinder mit äußerster Disziplin und Härte. Martins Mutter, Margarete, ist ebenfalls eine ernste und strenge Person, die von ihren Kindern keine Widerworte duldet und auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurückschreckt. Liebe, Wärme und Geborgenheit sind für die Eltern ein Zeichen von Schwäche und vor allem in der Kindererziehung völlig fehl am Platz. Ein Jahr nach der Geburt von Martin zieht die Familie nach Mansfeld. Dort kann sich der Vater an einer Kupfermine beteiligen und bringt es so innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Vermögen. Bereits um 1491 zählen die Luthers zu den angesehensten Leuten der kleinen Stadt. Schon mit fünf Jahren besucht Martin die Lateinschule. Die mittelalterlichen Lehrmethoden sind barbarisch und schüchtern den ängstlichen kleinen Jungen zunehmend ein. Einmal, so berichtet er später selbst, hat er an nur einem einzigen Vormittag fünfzehnmal die Rute zu spüren bekommen. Und das, obwohl er von seinem Lehrer als still und zurückhaltend beschrieben wurde. Trotz der Angst, die Martins täglicher Schulbegleiter ist, macht er gute Fortschritte. Seine Begabung ist so groß, dass er 1497 mit 14 Jahren an die Domschule nach Magdeburg und bereits ein Jahr später an die Pfarrschule nach Eisenach wechseln kann. Direkt nach seinem Schulabschluss 1501 schreibt sich Martin Luther an der Universität Erfurt ein. Die Hochschule, die zu dieser Zeit schon auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, hat einen hervorragenden Ruf und zählt zu den bedeutendsten Lehranstalten des Landes. Luthers Eltern, die sich vom Studium ihres Sohnes einen weiteren sozialen Aufstieg erhoffen, unterstützen ihn finanziell, fordern aber zugleich Zielstrebigkeit und beste Leistungen. Selbstverständlich erfüllt der ehrgeizige junge Mann diese Wünsche und beendet sein erstes Studium bereits im Alter von 22 Jahren mit dem Magister Arzium in Philosophie, Latein, Grammatik, Rhetorik, Logik, Ethik und Musik. Doch damit ist der Vater nicht zufrieden. Jurist soll der Junge werden. Unverzüglich beginnt Martin deshalb, Rechtswissenschaften zu studieren. Gut vorstellbar, wie groß der Schock für seinen Vater gewesen sein muss, als ihm der bis dahin stets gehorsame Sohn kurz nach seinem Gewittererlebnis mitteilt, dass er sein Gelöbnis einlösen, das Studium abbrechen und ins Kloster gehen werde. Bereits am 17. Juli 1505, also nur zwei Wochen nach dem Gewitter, tritt Martin in den Bettelorden der Augustiner in Erfurt ein. Das Klosterleben im Mittelalter ist hart. Beten, Arbeiten und Fasten trägen den Alltag der Mönche. Bereits morgens um drei Uhr trifft sich die Glaubensgemeinschaft nach kaum vier Stunden Schlaf zum ersten Gebet in der Kirche. Danach beginnen die Mönche mit ihrer Arbeit, die immer wieder von Andachten und Gottesdiensten unterbrochen wird. Doch nicht nur die strengen Reglements machen das Leben im Kloster unangenehm. Besonders im Winter ist es beinahe unerträglich. Als einziger Raum der ganzen Klosteranlage wird der Speisesaal beheizt. Doch darin halten sich die Mönche nur während des Mittagessens auf. Die restliche Zeit des Tages und vor allem auch nachts sind sie der Kälte ausgeliefert. Aber trotz all dieser Einschränkungen bereut Martin Luther seinen Eintritt ins Kloster nicht. Bereits nach einem halben Jahr legt er das ewige Mönchsgelübde ab, das ihn für immer an den Augustinerorden binden soll. 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht und beginnt sein Theologiestudium an der dortigen Universität. Im Herbst 1510 reist er zusammen mit einem anderen Mönch nach Rom, in der Hoffnung, eine Audienz bei Papst Julius II. zu erhalten. Grund der Reise ist ein in Sachsen herrschender Streit über die richtige Auslegung der Ordensregeln in Klöstern des heiligen Augustinus. Ein Teil der 29 sächsischen Augustinerklöster will die Regeln aufweichen und abschwächen, während der andere Teil, dem auch Luthers Heimatkloster in Erfurt angehört, die Regeln sogar verschärfen will. Doch Luthers Vorhaben, im Papst einen Fürsprecher für die strengen Regeln zu finden, scheitert. Julius II. empfängt die beiden unbedeutenden sächsischen Mönche gar nicht, sondern ist vielmehr damit beschäftigt, neue Geldquellen für seine gigantischen Bauvorhaben zu erschließen. Neben dem Verkauf üblicher Wallfahrer an Denken wie Rosenkränzen und heiligen Bildern floriert in Rom der Ablasshandel. Egal welcher Verfehlung sich die Pilger, die zu dieser Zeit zahlreich in die heilige Stadt strömen, auch schuldig gemacht haben, gegen Geld können sie sich von jeder Sünde loskaufen. Und nicht nur das, auch die Seelen bereits Verstorbener können mit Hilfe des richtigen Ablassbriefes aus dem Fegefeuer befreit werden. Ehebruch, Betrug, Mord, Streit und was die Abgründe menschlichen Handelns sonst noch hervorbringen, alles kann mit Geld ungeschehen gemacht werden. Die Einnahmen aus dem Ablasshandel und der sogenannte Peterspfennig, eine Art Kirchensondersteuer, werden für die Finanzierung des Petersdoms verwendet, dessen Grundstein am 18. April 1506 gelegt wurde. Insgesamt arbeiten über 2000 Steinmetze, Zimmerleute und andere Handwerker an diesem gigantischen Bauwerk, das erst 120 Jahre später fertiggestellt wird und heute noch die größte Kirche der Christenheit und Repräsentationskirche des Papstes ist. Vier Wochen harren Martin Luther und sein Begleiter in Rom, ohne auch nur in die Nähe Julius des Zweiten zu gelangen. Als sich abzeichnet, dass nicht mit einer Audienz zu rechnen ist, treten sie die Rückreise nach Erfurt an. Die Bilder des florierenden Ablasshandels und die Enttäuschung über den Papst haben sich jedoch tief in die Gedanken der beiden Reisenden eingebrannt. Rom ist der Sitz des Teufels und der Papst ist ärger als der Türke, berichtet Luther nach seiner Rückkehr und bringt damit alle Erlebnisse auf einen Punkt. 1511 wird Martin Luther nach Wittenberg versetzt. Nach seiner Promotion zum Baccalaureus Biblicus, also zum Professor für Bibelauslegung, 1512, hält er Vorlesungen über die Psalmen sowie die Briefe des Apostel Paulus an die Römer, die Galater und die Hebräer. Doch je intensiver er sich mit der Bibel beschäftigt, desto größer werden seine Zweifel an der bis dahin gültigen Kirchenlehre. Nach Luthers Verständnis kann der Mensch nicht aus eigener Kraft und nicht durch die von der Kirche angebotenen Mittel wie Beichte oder Ablass das Heil erlangen. Die Heilserlangung sei vielmehr ein Geschenk, das Gott jedem gläubigen Menschen zuteil werden lasse, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Der Mensch selbst habe nichts anderes zu tun, als dieses Geschenk Gottes in Demut anzunehmen. Umso aufgebrachter reagiert Luther, der ab 1514 auch als Pfarrer in der Wittenberger Stadtkirche tätig ist, als er erfährt, dass viele Gläubige seiner Gemeinde nach Jüterburg oder Zerbst reisen, um dort Ablassbriefe zu kaufen. Anstatt sich ihm, ihrem Seelsorger, anzuvertrauen, laufen sie wie die Lemminge dem Dominikanermönch Johann Tetzel nach, der marktschreierisch durch die Lande zieht und mit Parolen, wie, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, einen blühenden Ablasshandel betreibt. Immer wieder versucht Luther in den kommenden Monaten, durch aufschlussreiche und theologisch fundierte Predigten, die Menschen zum Glauben an die Liebe Gottes zurückzuführen. Doch ohne Erfolg. Tetzels Versprechen, arme Seelen mit Geld freikaufen zu können, verbreitet sich wie ein Lauffeuer und zieht die Menschen in seinen Bann. Als Luther dann im Oktober 1517 eine offizielle, von der Kirche herausgegebene Instruktionsschrift für Ablasshändler in die Hände bekommt, ist er endgültig fassungslos. Wie weit ist es mit der Kirche gekommen? Wie können Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle und sogar der Papst es zulassen, dass in ihrem Namen armen Menschen das Geld auf so schändliche Weise abgeknöpft wird? Wie kann ein solcher Verrat an Gott, eine solche Blasphemie geduldet werden? Höchst empört verfasst Luther einen Brief an die Kirchenobersten und seine berühmt gewordenen 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Die Legende will zwar, dass er die Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat, aber Tatsache ist, dass Luther sie zusammen mit einem Brief an den Klerus geschickt hat. Die Reaktionen, die er damit auslöst, übertreffen seine kühnsten Erwartungen. Bereits nach wenigen Wochen sind Nachdrucke seiner Thesen in Leipzig, Nürnberg und Basel im Umlauf und spalten Europa in zwei Lager. Während humanistische Gelehrte und einige bedeutende Fürsten Luthers Ansichten teilen, lehnt der katholische Klerus sie grundlegend ab. Aussagen wie die These 32, Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiß sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt sein. Oder die These 33, Nicht genug kann man sich vor denen hüten, die den Ablass des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Solche Aussagen lassen vermuten, welcher Unmut sich innerhalb der Kirche geregt hat. Dennoch reagieren die deutschen Bischöfe besonnen. Sie unterrichten zwar den Papst von Luthers ungeheuren Thesen und weisen seine Vorgesetzten an, ihn zur Vernunft zu bringen, direkte Angriffe auf den Aufmüpfigen bleiben jedoch zunächst aus. Da Luther aber nicht aufhört, sich auch weiterhin öffentlich zu seinen Thesen zu äußern und immer wieder neue Schriften verfasst, wird ein Jahr später der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet. Seinem Landesherren, Friedrich dem Weisen von Sachsen, ist es zu verdanken, dass der Prozess nicht in Rom stattfindet, sondern von Kardinal Cayetan in Augsburg geführt wird. Am 12. Oktober 1518 muss sich Martin Luther zum ersten Mal in einem Verhör zu seinen Schriften äußern. Die Spannung im Verhandlungsraum ist groß, denn die Angst, die die Inquisition in den vorangegangenen Jahrzehnten verbreitet hat, ließ schon manchen Angeklagten beim Verhör klein beigeben. Aber keinen Martin Luther. Im Brustton der Überzeugung wiederholt und erläutert er unerschütterlich seine Thesen. Und mit jedem Satz, den Luther spricht, ist Kardinal Cayetan überzeugter davon, einen unverbesserlichen Ketzer vor sich zu haben. Dennoch sind ihm die Hände gebunden. Da Friedrich der Weise hinter Luther steht und der Auslieferung nach Rom nicht zustimmt, kann Cayetan kein Urteil über den vermeintlichen Ketzer fällen. Doch anstatt sich über den glimpflichen Ausgang der Verhandlung zu freuen und in Zukunft vorsichtiger mit seinen Äußerungen zu sein, fühlt sich Luther regelrecht gezwungen, nun erst recht seine Thesen weiter zu untermauern. Mit seinen neuen reformatorischen Schriften von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen beschwört er den endgültigen Bruch mit Rom herauf. 1520 wird der Ketzerprozess erneut gegen ihn eröffnet, der darin gipfelt, dass Luther und allen seinen Anhängern der Kirchen bann in der Bulle Exorge Domine, was so viel heißt wie Erhebe dich, Herr, angedroht wird. 60 Tage werden Luther von der Kirche eingeräumt, sich schuldig zu bekennen und zu widerrufen. Doch statt dies zu tun, antwortet der Rebell mit seiner Ketzerschrift an den christlichen Adel deutscher Nation und verbrennt die Bulle öffentlich vor dem Elstertor in Wittenberg. Damit ist der Bruch mit der katholischen Kirche unwiderruflich vollzogen. Martin Luther wird am 3. Januar 1521 offiziell von Papst Leo X. aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen. Ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Doch auch diesmal lässt ihn sein Landesvater nicht im Stich. Friedrich der Weise setzt durch, dass Luther vor ein weltliches Gericht gestellt wird und freies Geleit erhält. Auf dem Reichstag in Worms wird die Sache Martin Luther, Kaiser Karl V. vorgetragen, der den Aufrührer am 17. und 18. April 1521 verhört. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien glaube ich, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Versucht der Angeklagte, den Kaiser von seinen Ansichten zu überzeugen. Doch seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Im Wormser Edikt verhängt Karl V. die Reichsacht über Luther und seine Anhänger. Der Ketzer gilt als vogelfrei. Als Junker Jörg getarnt, versteckt ihn Friedrich der Weise auf der Wartburg bei Eisenach. Zehn Monate lebt Luther dort in einer kleinen Kammer. Doch obwohl er mit gutem Essen versorgt wird, erleidet er sowohl physische als auch psychische Höllenqualen. Die wenige Bewegung führt zu schlimmen Verdauungsproblemen und nachts quälen ihn Albträume. Immer wieder erscheint ihm der Teufel im Schlaf, was ihn fast wahnsinnig werden lässt. Trotzdem leistet Martin Luther während seines Aufenthalts auf der Wartburg etwas, das bis heute von größter Bedeutung ist. Er übersetzt das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche und macht es damit allen Menschen zugänglich. Gleichzeitig prägt er dadurch eine deutschlandweit geltende Schriftsprache, die die bis dahin unterschiedlichen Dialekte ablöst. Da Luther eine sehr ausdrucksstarke Sprache wählt, verbreitet sich seine Bibelübersetzung schnell. Bereits im Erscheinungsjahr werden 3000 Exemplare verkauft, was für die damalige Zeit, man bedenke, dass der Großteil der Bevölkerung Analphabeten waren, sensationell ist. Entgegen der Anordnung Friedrichs des Weisen verlässt Martin Luther am 1. Mai 1522 die Wartburg und kehrt nach Wittenberg zurück. Dort scharrt er eine immer größer werdende Anhängerschaft um sich. Obwohl die Reichsacht noch immer besteht, wird Luther nicht verhaftet. Der Kaiser befindet sich in mehreren Kriegen und hat kein Interesse mehr daran, sich in kirchliche Belange einzumischen. Auf dem Reichstag zu Speyer 1526 kommt es deshalb sogar zu einem weitreichenden Entschluss. Jeder Landesherr erhält die Erlaubnis, die Konfessionsfrage nach Belieben zu handhaben, bis der Fall endgültig von einem Kirchenkonzil geklärt worden ist. Damit steht der Reformation nichts mehr im Wege. Für Luther, der ein Jahr zuvor die ehemalige Nonne Katharina von Bora geheiratet hatte, ein kleiner Triumph. Katharina von Bora schenkt Luther in den kommenden Jahren drei Söhne und drei Töchter, die mit einer Ausnahme alle das Erwachsenenalter erreichen. Beruflich ist Luther in diesen Jahren damit beschäftigt, seiner reformierten Kirche ein eigenes Gesicht zu geben. So führt er unter anderem die Neuordnung der Messe ein und verfasst den Katechismus. Philipp Melanchthon, Luthers engster Vertrauter, schreibt 1530 28 Glaubensartikel im Augsburger Bekenntnis nieder, das die Unterschiede zur katholischen Kirche manifestiert und den Glauben der protestantischen Reichsstände erläutert. Dieses Bekenntnis, die sogenannte Confessio Augustana, wird auf dem Augsburger Reichstag Kaiser Karl V. dargelegt, in der Hoffnung der Kaiser würde die protestantische Kirche nun endgültig als zweite Konfession im Deutschen Reich anerkennen. Doch Karl V. lehnt ab. Aufgebracht schließen sich die Reichsstände, die sich bereits zum Protestantismus bekennen, daraufhin im schmalkaldischen Bund zusammen, der die Lehre Luthers unterstützt und gegen den katholischen Kaiser verteidigt. Luther selbst nimmt aufgrund der immer noch bestehenden Reichsacht nicht am Reichstag teil, sondern arbeitet währenddessen an der Übersetzung des Alten Testaments und führt mehrere theologische Auseinandersetzungen und Diskurse, wie die berühmt gewordenen Religionsgespräche. Als der Kaiser erkennt, dass er sein Land mit der Ablehnung der protestantischen Forderungen in zwei Lager teilt, schließt er mit dem schmalkaldischen Bund 1532 den Nürnberger Religionsfrieden, der eine gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie für den gegenwärtigen konfessionellen Besitzstand beinhaltet. Damit sind zumindest innerdeutsche Religionskriege ausgeschlossen. Martin Luther hat zu dieser Zeit bereits andere Sorgen. Ihn quälen schlimme Krankheiten. Nieren- und Blasensteine führen immer wieder zu Koliken, die unerträgliche Schmerzen verursachen. Zunehmend leidet Luther in den kommenden Jahren auch an Gicht, Rheuma sowie Schwindel- und Kreislaufattacken. Immer schwerer fällt es ihm, sich längere Zeit auf den Beinen zu halten und seine Lehrtätigkeit an der Universität zu Wittenberg fortzusetzen. Als 1542 seine geliebte Tochter Magdalena stirbt, kann er den Schmerz kaum verwinden. Die Frustrationen, die Luther in dieser Zeit durchlebt, schlagen sich auch in seinen letzten Veröffentlichungen nieder. So verfasst er 1543 seine antisemitische Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen und 1545 das Pamphlet wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. 1546 bricht Luther zu seiner letzten Reise auf. Er will in seiner Geburtsstadt Eisleben, Streitigkeiten in der Mannsfelder Grafenfamilie schlichten. Dies gelingt ihm zwar, aber zur Heimreise ist er zu schwach. Am 18. Februar 1546 stirbt er mit den Worten »In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Treuer, und ins Kloster gehen werde.« Bereits am 17. Juli 1505, also nur zwei Wochen nach dem Gewitter, tritt Martin in den Bettelorden der Augustiner in Erfurt ein. Das Klosterleben im Mittelalter ist hart. Beten, Arbeiten und Fasten prägen den Alltag der Mönche. Bereits morgens um drei Uhr trifft sich die Glaubensgemeinschaft nach kaum vier Stunden Schlaf zum ersten Gebet in der Kirche. Danach beginnen die Mönche mit ihrer Arbeit, die immer wieder von Andachten und Gottesdiensten unterbrochen wird. Doch nicht nur die strengen Reglements machen das Leben im Kloster unangenehm. Besonders im Winter ist es beinahe unerträglich. Als einziger Raum der ganzen Klosteranlage wird der Speisesaal beheizt. Doch darin halten sich die Mönche nur während des Mittagessens auf. Die restliche Zeit des Tages und vor allem auch nachts sind sie der Kälte ausgeliefert. Aber trotz all dieser Einschränkungen bereut Martin Luther seinen Eintritt ins Kloster nicht. Bereits nach einem halben Jahr legt er das ewige Mönchsgelübde ab, das ihn für immer an den Augustinerorden binden soll. Urbegleiter ist, macht er gute Fortschritte. Seine Begabung ist so groß, dass er 1497 mit 14 Jahren an die Domschule nach Magdeburg und bereits ein Jahr später an die Pfarrschule nach Eisenach wechseln kann. Direkt nach seinem Schulabschluss 1501 schreibt sich Martin Luther an der Universität Erfurt ein. Die Hochschule, die zu dieser Zeit schon auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, hat einen hervorragenden Ruf und zählt zu den bedeutendsten Lehranstalten des Landes. Luthers Eltern, die sich vom Studium ihres Sohnes einen weiteren sozialen Aufstieg erhoffen, unterstützen ihn finanziell, fordern aber zugleich Zielstrebigkeit und beste Leistungen. Selbstverständlich erfüllt der ehrgeizige junge Mann diese Wünsche und beendet sein erstes Studium bereits im Alter von 22 Jahren mit dem Magister Arzium in Philosophie, Latein, Grammatik, Rhetorik, Logik, Ethik und Musik. Doch damit ist der Vater nicht zufrieden. Jurist soll der Junge werden. Unverzüglich beginnt Martin deshalb, Rechtswissenschaften zu studieren. Gut vorstellbar, wie groß der Schock für seinen Vater gewesen sein muss, als ihm der bis dahin stets gehorsame Sohn kurz nach seinem Gewittererlebnis mitteilt, dass er sein Gelöbnis einlösen, das Studium abbrechen, 1883 im sächsischen Eisleben. Sein Vater, Hans Luther, ist Bergarbeiter. Er ist für seine Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten bekannt und erzieht seine Kinder mit äußerster Disziplin und Härte. Martins Mutter, Margarete, ist ebenfalls eine ernste und strenge Person, die von ihren Kindern keine Widerworte duldet und auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurückschreckt. Liebe, Wärme und Geborgenheit sind für die Eltern ein Zeichen von Schwäche und vor allem in der Kindererziehung völlig fehl am Platz. Wer nicht gehorcht, bekommt Schläge. Ein Jahr nach der Geburt von Martin zieht die Familie nach Mansfeld. Dort kann sich der Vater an einer Kupfermine beteiligen und bringt es so innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Vermögen. Bereits um 1491 zählen die Luthers zu den angesehensten Leuten der kleinen Stadt. Schon mit fünf Jahren besucht Martin die Lateinschule. Die mittelalterlichen Lehrmethoden sind barbarisch und schüchtern den ängstlichen kleinen Jungen zunehmend ein. Einmal, so berichtet er später selbst, hat er an nur einem einzigen Vormittag fünfzehnmal die Rute zu spüren bekommen. Und das, obwohl er von seinem Lehrer als still und zurückhaltend beschrieben wurde. Trotz der Angst, die Martins täglich erschuert. 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht und beginnt sein Theologiestudium an der dortigen Universität. Im Herbst 1510 reist er zusammen mit einem anderen Mönch nach Rom in der Hoffnung, eine Audienz bei Papst Julius II. zu erhalten. Grund der Reise ist ein in Sachsen herrschender Streit über die richtige Auslegung der Ordensregeln in Klöstern des heiligen Augustinus. Ein Teil der 29 sächsischen Augustiner Klöster will die Regeln aufweichen und abschwächen, während der andere Teil, dem auch Luthers Heimatkloster in Erfurt angehört, die Regeln sogar verschärfen will. Doch Luthers Vorhaben, im Papst einen Fürsprecher für die strengen Regeln zu finden, scheitert. Julius II. empfängt die beiden unbedeutenden sächsischen Mönche gar nicht, sondern ist vielmehr damit beschäftigt, neue Geldquellen für seine gigantischen Bauvorhaben zu erschließen. Neben dem Verkauf üblicher Wallfahrer an Denken wie Rosenkränzen und Heiligenbildern floriert in Rom der Ablasshandel. Egal welcher Verfehlung sich die Pilger, die zu dieser Zeit zahlreich in die Heilige Stadt strömen, auch schuldig gemacht haben. Martin Luther, 1483 bis 1546 Es ist der 2. Juli 1505. Ein heftiger Sturm fegt über das Land. Die Bäume biegen sich im Wind. Immer wieder lassen Blitze den dunklen Himmel taghell erscheinen. Keinen Hund jagt man bei einem solchen Wetter vor die Hütte. Und doch ist einer unterwegs, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Martin Luther. Der frischgebackene Magister, der gerade ein Zweitstudium an der Universität Erfurt aufgenommen hat, ist auf dem Rückweg von einem Besuch bei seinen Eltern, als ihn das Unwetter bei Stotternheim in Thüringen überrascht. Hilfesuchend blickt der junge Mann um sich, aber weit und breit ist kein Unterschlupf in Sicht. Plötzlich schlägt der Blitz direkt neben ihm ein. Der starke Luftdruck schleudert ihn zu Boden. In Todesangst ruft er, Hilf, heilige Anna, und ich will ein Mönch werden. Ein Gelöbnis, das das Leben von Martin Luther grundlegend verändert und weitreichende Folgen für die deutsche Geschichte haben wird. Geboren wird Martin Luther am 10. November 14.